Wenn ein Hobbygärtner einen Garten anlegt, sollte er sich zuerst bewusst sein über die Erschließung, über die Wege, über die Plätze. Wichtig ist auch, dass der Bestand der Bäume, der Pflanzen, der Gehölze betrachtet wird und dass auch Einblicke vermieden werden und schöne Ausblicke geschaffen werden. Weg von pflegeintensiven Staubenbeeten, Rosenbeeten, Pelagonien, Geranien an den Balkonen, weg Richtung Gräser, Hortensien, große Rasenflächen, wo mehr Roboter pflegen. Ein Kunde hat einmal zu uns gesagt, seit er seine Outdoor-Küche im Garten stehen hat, ist es für ihn wie ein zweites Wohnzimmer. Lasst euch von unseren Küchen inspirieren. Wir sind auf der Schau im Freigelände. Kommt vorbei!